Dieser Part ist das erstmal zu Ende, das Video. Oh, eine Brücke, geil. Ich kann nicht mal auf die Bank da, das ist beschiss. Ich wollte auch rauf. Ich laber nur scheiße, egal. Man muss nicht meine Hässlichkeit bewerten da drinnen, also... Ich brauche keine Audio... keine Musik jedenfalls. Und da bin ich wieder. So, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, aber ich bin nun bei der... Ein stationärer Zug hat kein Licht. So, ich suche kurz eine Stelle. Ich glaube nicht, dass ich diese Station kenne. Hey, ich habe mich nicht verklickt. Diese Station kenne ich, glaube ich, nicht. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Okay, manchmal ist das echt abgehackt. Don't understand das Konzept. Jetzt kann ich es wieder verstehen. Wenn meine Station kommt, ist Tutsi, glaube ich, gleich... Ja, ich glaube schon, dass das die ist. Ich bin mir nicht mehr... Singapur? Nein, bei mir war Autopia. Das weiß ich noch ganz genau. Das Video wird irgendwann enden. Von selbst, glaube ich. Aber hier war ich mal drin. Höhöhö, dass das nicht da anstößt, ist ja lustig. Ja, mir ist so langweilig, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Da wird noch ein Teil kommen irgendwann. Wenn ich das hochgeladen habe, lösche ich das in meiner Galerie. Keine Sorgen. Und dann habe ich wieder Aufnahmezeit dafür. Nicht, dass es irgendwie nass angeht, aber wenn ich das hochgeladen habe, dann ist es immer so. Wenn ich ein Video hochgeladen habe, lösche ich das wieder aus der Galerie von mir. Dazu gestoppt ein bisschen. Viking. Was ist Viking? Was ist Viking? Ach, das ist Viking. Okay. Naja, ich habe nicht viel davon gesehen, aber was ist Viking? Ist das meine Station? Ich glaube nicht. Nein, das ist gar keine Station. Egal, Leute. Ich beende einfach hier das Video. So, Leute. Das war's mit dem Video. Bye!